Okay, die Teilnehmer schließen sich uns an. So, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Tatjana Detmar, ich bin Geschäftsführerin des Lev Coppeler Forums und begrüße Sie heute ganz herzlich aus Köln zu unserem heutigen Vortrag und Diskussion zum Thema Meinungsfreiheit in Russland in Zeiten von Covid-19. Unsere heutige Veranstaltung wird gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung durchgeführt und ich begrüße ganz herzlich alle Kolleginnen und Kollegen von der Stiftung, die uns heute live verfolgen und möchte diese Gelegenheit sehr gerne dazu nutzen, um meiner Seite sozusagen und seitens des Forums für diese schöne Zusammenarbeit uns zu bedanken. In ein paar Minuten wird unsere Moderatorin Maria Birger Ihnen unsere Gäste vorstellen und ein bisschen über die Veranstaltung Ihnen erzählen und ich möchte gerne meinerseits einige technische Aspekte des heutigen Abends angehen. Wie Sie bereits mitbekommen haben, wird unsere heutige Veranstaltung konsekutiv von Frau Erika Rubenstein gedolmetscht und ich möchte deshalb, da wir heute so zahlreich sind, ich möchte deshalb Sie alle darum bitten, Ihre Mikrofone stumm zu schalten, damit wir keine akustischen Störungen bekommen. Сегодняшнее мероприятие, как вы наверняка уже заметили, будет идти с последовательным переводом, переводчик Erika Rubenstein, поэтому попрошу вас, поскольку вас сегодня очень много, пожалуйста, выключите свои микрофоны, чтобы не мешать переводу. Der Vortrag heute wird circa eine Stunde dauern und nach dem Vortrag dürfen Sie gerne Ihre Fragen an uns und unsere Gäste stellen und am besten machen wir es in unserem Chat, wiederum aus dem Grund, weil wir heute so zahlreich sind. Wir haben heute 93 Anmeldungen für diese Veranstaltung und wir werden natürlich versuchen, so viele Fragen, Statements und Kommentare wie möglich im Chat zu bearbeiten. Sollte es heute Abend nicht klappen mit allen Informationen, die wir bekommen, so werden alle Informationen in jedem Fall an unsere Gäste aus oder der Info weitergeleitet. Сам доклад будет длиться где-то около часа. После этого у вас будет возможность задать вопросы, поскольку у нас сегодня очень много на нашем мероприятии зарегистрировалось 93 человека, то просьба задавать вопросы в чате. И мы попытаемся, соответственно, ответить на все ваши вопросы, комментарии, все, что вы хотите. Если нам изо времени не удастся это сделать, то мы естественно передадим все ваши вопросы и комментарии коллегам из ОВД-Инфо. Und ein letzter Hinweis. Als Forum begrüßen wir natürlich die Meinungsfreiheit und wir begrüßen unterschiedliche Meinungen, viele Ideen und so weiter. Aber es muss auch klipp und klar gesagt werden, wir haben null Toleranz für Hate Speech, also für Hassrede. Und möchte Sie deshalb gerne darum bitten, respektvoll miteinander umzugehen, auch in Ihren Kommentaren und im Chat. Sollte es natürlich zu irgendwelchen Hasskommentaren oder zu anderen Störungen kommen, so bitte ich Sie um Nachsicht, dass ich als Veranstalterin mich dazu gezwungen sehen werde, die Störerin oder den Störer aus der Veranstaltung zu entfernen. Ich hoffe aber, dass es dazu nicht kommen wird und freue mich wirklich sehr auf einen spannenden Abend zusammen mit Ihnen und mit unseren Gästen. Hiermit schließe ich meine kurzen Opening Remarks und gebe sehr gerne das Wort weiter an Maria Birger. Historikerin und Beirätin des Lev Kopelow-Forums, die uns als Moderatorin durch den heutigen Abend begleiten wird. Tanja, vielen Dank für die einführenden Worte. Auch ich begrüße Sie alle ganz herzlich in diesem ungewöhnlichen Format. Ich vermisse natürlich unser Zusammensein im Forum, aber freue mich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Russland und Deutschland digital zusammenzubringen. Tanja, большое спасибо за вступительные слова. Ich begrüße alle Gäste in diesem, скажем так, ungewöhnlichen Format. Natürlich, mir ist es sehr gut, dass unsere Gespräche in der Realität, in unserem Forum ist. Aber ich begrüße das zypferliche Einstieg von Russland und Deutschland. Unser heutiger Menschenrechtsjurvix steht ganz im Zeichen unseres Patrons Lev Kopelow und seines engsten Freundes Heinrich Böll. Beide Brückenbauer und Verteidiger der Menschenrechte im Allgemeinen und der Meinungsfreiheit im Besonderen. Und es muss sagen, dass unsere heutige Gespräche mit den Rechtsverwürgen, die wir sehr merkwürdig sind, wegen dem, dass unser Forum im Namen von Lev Kopelow, dem wir einen Rechtsverwürgen sind, und sein nächster Freund, Heinrich Böll. Und deswegen waren diese Leute, kann man sagen, auf dem Weg zwischen den verschiedenen Verwürgen. Und deswegen begrüße ich diese Freude der Verwürgen. Ganz in dieser Tradition, trotz der sehr schwierigen politischen Großwetterlage, stehen wir dafür, dass wir im Gespräch bleiben, die Zivilgesellschaft in Russland und in Deutschland, und diese Brücken nicht abreißen lassen. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir diese Tradition продолжieren, obwohl wir politisch сложный Klimat, непростые времена. Und deswegen wollen wir, dass das Bürgerinnen und Bürger der Russen, und die Bürgerinnen und Bürger der Russen in Deutschland, die immer in den Dialog sind, die immer in den Dialog sind. In der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung bin ich auf einen Post des Over-the-Info-Gründers Grigori Achotin gestoßen, den er bei Facebook am 5. Dezember 2011 postete. Und bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung hat sich auf einen Post des Over-the-Info-Gründers Grigori Achotin gestoßen, den er bei Facebook am 5. Dezember 2011 postete. Yo, чуваки, присоединяйтесь, если любите друзей. Это имеет Resultat. Liebe Kerle, kommt, macht mit uns mit, und das wird gut, wenn ihr das Ergebnis sehen wollt. Dieser Post bezog sich auf den Protestwinter 2011 in Moskau, als friedliche Demonstranten gegen die Wahlfälschung bei den Duma-Wahlen protestierten und zur Demonstration aufbrachen und zu den Treffpunkten manchmal gar nicht erst ankamen, sondern vorab von der Polizei aufgehalten wurden und auf die Reviere gebracht wurden. Die beiden Gründer richteten zunächst eine Hotline ein. Und versuchten Freunde, die auf den Revieren festgehalten wurden, zu helfen, um überhaupt herauszufinden, wer festgehalten wurde und wer Hilfe brauchte. Am 6.12.2011, also vor genau neun Jahren, wurde Over the Info aus der Taufe gehoben. Und was mit einem kleinen Projekt begann, hat jetzt, ja, beschäftigt eine Vielzahl von Menschen, bis zu 150 Leuten sind an dem Projekt beteiligt und noch viel mehr, die freiwillige Helfer sind. Über die heutige Organisationsstruktur von Over the Info wird der Koordinator des Projektes, Leonid Drabkin, referieren. Am Anschluss spricht Deniz Schedow, er ist Jurist und Datenanalyst bei Over the Info, über die Probleme des russischen Systems und der Meinungsfreiheit. Seit Juli 2020 demonstrieren Menschen in Chabarowsk für einen fairen und offenen Umgang mit ihrem Gouverneur. Alla Frohlova ist Rechtsberaterin bei Over the Info und wird uns über den Fall Chabarowsk berichten. S Juli 2020 года в Chabarowské люди demonstrieren за справедливое обращение со своим Gouvernaтором. Alla Frohlova, которая является правовым консультантом, как раз расскажет об этих протестах в Chabarowské. Und nun kann ich sagen, Leonid, the floor is yours. Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und zuhören möchten. Vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank an das Lefkopel-Forum. Und wie Maria schon richtig angemerkt hat, ich werde über die heutige Struktur unserer Organisation berichten. Ich erzähle, wie wir arbeiten. Und Maria hat im Prinzip eigentlich sehr gut alles dargestellt und erläutert. Sie hat aber einen Fehler gemacht. Bei uns arbeiten nicht 150 Menschen, sondern nur 35. Aber die Zeiten kommen sicher auch, wo auch 150 Menschen für uns arbeiten werden. Ja, und ich beginne mit unserem Projekt und wie er in diesem Fall ist. Wie bereits erwähnt wurde, wir in der ersten Zeit fokussiert sind, wir in der ersten Zeit fokussiert sind, auf der Freiheit, mit denen in Russland große Probleme. Aber auch wir beschäftigen uns mit größeren Spiektrum вопросen, über die politischen Folgen beschäftigt. In das wir включieren, zum Beispiel, 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 zum Beispiel. Und jetzt erzähle ich, womit wir uns in unserem Projekt beschäftigen. In erster Linie beschäftigen wir uns mit dem Thema Versammlungsfreiheit. Damit gibt es wirklich in Russland sehr große Probleme. Aber dann beschäftigen wir uns mit weiteren Verfolgungsthemen. Das können solche Themen sein wie Assoziierungsfreiheit oder Meinungsfreiheit und so weiter. Und damit Sie den Ausmaß des Problems verstehen, und womit wir es zu tun haben, warum wir so viele Leute überhaupt brauchen, um bei uns zu arbeiten, nenne ich Ihnen eine Zahl. 2020, das heißt, seit dem ersten Januar und bis heute, wurden in Russland bei verschiedenen Protestaktionen circa 2.300, 2.400 Menschen verhaftet. Das sind acht Personen pro Tag. Und wir helfen diesen Menschen. Man muss sagen, dass man OVD-Info in zwei Teile aufteilen kann. Das heißt, der erste Teil, da wo wir ganz konkreten Menschen in konkreten Fällen haben, die ein Problem haben. Aber auf der anderen Seite versuchen wir natürlich, das politische System insgesamt zu bekämpfen und zu ändern, damit man später eben Leute nicht mehr verhaftet, damit sie tatsächlich Friedrich demonstrieren dürfen. Ja, wie helfen wir dann konkreten Menschen, die verfolgt werden? Und in erster Linie ist das klassische juristische Hilfe. Und wenn, zum Beispiel, ein Mensch verhaftet wird, dann was machen wir? Wir beraten diesen Menschen juristisch, wir stellen ihnen einen Anwalt zur Seite. Dieser Anwalt begleitet diesen Menschen bei allen Stufen der Gerichtsprozesse, das heißt, von einem Gerichtsprozess in Russland bis zum obersten Gericht, bis zum Gerichtshof für Menschenrechte in Europa. Und Alain Frolova, die erwähnt wurde, die später auch sprechen wird, die sieben die Koordinatoren für juristische Hilfe, wir nennen die politisches UBER. Sie bringt eben Menschen, die juristische Hilfe brauchen, mit Anwälten zusammen. Aber das ist der klassische Teil unserer Arbeit. Aber wir haben auch natürlich ein Grundprinzip, nach dem wir arbeiten. Das war das Grundprinzip, das vor neun Jahren unserer Organisation zugrunde lag. Dieses Prinzip heißt, die Information schützt. Was verstehen wir darunter? Das heißt, je mehr Leute über ein Problem erfahren, je mehr Leute erfahren, was einem Menschen zugestoßen ist, je mehr Gesellschaft über diese Fälle erfährt, desto geschützter ist dieser Mensch. Und sobald wir erfahren, dass jemand, wenn jemand verhaftet wurde oder jemand politisch verfolgt wird, dann verbreiten wir diese Information so weit wie möglich. Das heißt, deswegen sind wir so eine Art Medienprojekt. Wir sind quasi auch ein Medium. Und wir versuchen dann diesen politischen Case überall zu platzieren, ob das soziale Medien sind oder unsere eigene Website. Und das ist die Anrufkarte, die zeigt, vorher die Anrufe auf unsere Hotline ankommen. Unsere Hotline arbeitet 24 Stunden am Tag, um sieben Tage die Woche. Und wie Sie sehen, das ist jetzt die Karte Russlands, dass die Anrufe überall aus Russland, aus allen Regionen kommen. Und genau so, wie es vor neun Jahren angefangen hat, mit so einem Prototypen, dieser Hotline, so läuft das auch eigentlich weiter. Diese Telefonnummer ist russlandweit ziemlich bekannt. Und wenn jemand in einer verzwickten Lage ist, in einer schlechten Situation, dann kann er uns anrufen. Und wir agieren wie so eine Art Erste Hilfe. Und Sie können ja auch sehen, zum Beispiel, dieser links, dieser große rote Kreis, das ist Moskau. Da gibt es natürlich sehr viele politische Ereignisse. Von dort kommen auch sehr viele Anrufe. Auf der anderen Seite im Osten, das ist Habarovs. Darüber werden wir später sprechen. Aber wir wollen auch natürlich mit der Zeit gehen. Und für uns ist Service auch wichtig. Das wird auch bei uns groß geschrieben. Das heißt, dass wir unsere Dienste tatsächlich auch für die Leute, die sie brauchen, bequem und zugänglich machen möchten. Поэтому drei Jahre назад wir запустили Telegram-Bot. Bot in Telegram. Telegram ist der самый populär und защищенный Messenger in России. Deswegen haben wir vor drei Jahren ein Telegram-Bot gelauncht. Also Telegram, das ist der populärste und am meisten benutzt Messenger-Dienst in Russland. Und deswegen haben wir 50.000 Menschen, die Telegram-App bei sich im Telefon installiert, für den Fall. Falls denn irgendwas passiert, weil sie uns sofort kontaktieren können. Und sobald ein Signal entweder vom Telegram-Bot kommt oder über unsere Hotline, so fängt dieser Prozess an zu laufen, genauso wie ich es vorher erzählt habe. Das heißt, wir suchen einen Anwalt für diesen Menschen, wir verbreiten die Informationen überall. Und so sieht eben unsere Hilfe an einen konkreten Menschen aus. Und diese 2.300, 2.400 Menschen, Die Menschen, die ich schon vorher erwähnt hatte, die in diesem Jahr Probleme hatte, diesen Menschen haben wir auf eine oder andere Weise geholfen. Das heißt, sie sind in unseren Nachrichten, in unseren News erschienen und entweder haben wir denen direkte Hilfe geleistet, das heißt, einen Anwalt für sie gefunden oder eben über sie geschrieben und somit eigentlich auch geholfen. Можно следующий слайд, пожалуйста. Вообще, ОВД-Инфо, как изначально у нас появился принцип, информация защищает, потом у нас появилась юридическая помощь, но в какой-то момент мы поняли, что, может быть, мы можем пойти еще дальше и начать работать над системными проблемами. Und, wie schon erwähnt hatte, unser Grundprinzip, die Information schützt, das war am Anfang von ОВД-Инфо, dann später kam die juristische Hilfe dazu, also die Verbreitung der Information, aber dann dachten wir, wir können vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und das System verändern. Und dann haben wir gedacht, wir wollen nicht nur konkreten Menschen helfen, wir wollen sozusagen proaktiv handeln, wir wollen die Situation im Lande eigentlich ziemlich verändern. Und das? Und wir machen das, wenn wir es durch zwei направления sind. Erstens, das ist ein Präsentieren. Wir schreiben nicht nur kurze, die über Zadrigen über Zadrigen, sondern wir schreiben auch mehr глубige Materialien, die Menschen könnten über die Natur der politischen Repräsentationen und über das, warum Menschen aufzudrigen. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, das ist die Aufklärung. Das heißt, wir haben nicht nur diese kurzen Nachrichten, sondern wir schreiben auch durchaus tiefere, informativere Texte, die vielleicht Menschen helfen zu verstehen, was ist die Natur dieser Repräsentationen. Warum werden Menschen verhaftet? Warum werden Menschen verfolgt? Und das ist, wenn wir über eine höhere Publikationen sprechen. Und wir versuchen auch mit der engen Öffentlichkeit sozusagen zu arbeiten. Da sind die Polizeimitarbeiter, da sind Kommissare, da sind Leute, die im Gesetzgebungsbereich tätig sind. Für die schreiben wir verschiedene Vorträge und auch entsprechende Texte. Und im Laufe unserer Arbeit haben wir so viele Daten gesammelt, so viele Zahlen gesammelt, dass wir denken, dass diese Zahlen ein ganz anderes Bild dieser Repräsentationen zeigen können. Vielleicht ein interessanteres Bild. Und deswegen haben wir vor ein paar Jahren angefangen, nicht nur Vorträge vorzubereiten, sondern sogenannte Datasets. Das sind Ansammlungen von Daten, die wir Forschern zur Verfügung stehen. Und diese Daten sollen dann helfen, natürlich das Problem, dieses gesellschaftliche Problem zu erforschen. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt, das hieß, das Gebiet darf, man darf nicht. Dieses Projekt wurde auch basiert auf den Daten, die wir gesammelt haben. Und das hat uns geholfen zu verstehen, dass in vielen Städten gibt es sogenannte regionale Verbote für Versammlungen. Und in diesem Moment wir wussten, dass wir, wenn wir noch weitergehen können, und nicht nur diese Probleme lösen, sondern auch, dass jemand noch etwas anderes lösen hat. Weil wir in den Moment waren, dass wir uns geholfen haben, wir dachten, dass wir jetzt lösen wir die Probleme lösen, weiter gehen, aktivisten, politiker und andere участники der Bürgerinnen und Gemeinschaft und beginnen zu lösen, die wir lösen haben. Aber es ist alles nicht so einfach. Na ja, aber wir dachten, da könnte man ja noch einen Schritt weiter machen. Okay, wir haben da ein Problem gefunden und festgestellt. Und wir waren am Anfang recht romantisch. Wir dachten, na ja, wir finden das Problem und dann kommen die ganzen aktivisten, dann kommen die ganzen Politiker und die werden schon die Lösung, also die Vertreter der Zivilgesellschaft und die werden schon die Lösung für dieses Problem, was wir gefunden haben, finden. Aber wir dachten, nein, also das wäre ja doch viel zu einfach. Wir wollen diesem Prozess eine Art Impuls geben. Und dann haben wir angefangen, verschiedene Beschwerden an verschiedene Behörden zu schreiben. Und in Prinzip, da muss man natürlich verstehen. an wen man schreiben darf, worüber, bei wem man sich beschweren kann. Und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen vereinfacht, das Ganze. Aber ich möchte, das ist ein Beispiel davon, was wir erreicht haben. Man muss sagen, dass man in Russland natürlich eine bestimmte Situation vorfindet. Und wir haben natürlich ein föderales Versammlungsgesetz, was öffentliche Versammlungen regelt. Aber wir haben auch andere Gesetze, die in den Regionen gelten. Wir haben in Russland 85 Regionen. Und in jeder dieser Region gibt es ein eigenes, zusätzliches Gesetz zu diesem föderalen Gesetz. Und unsere Regionen, das sind sowas wie die Bundesländer hier. Und wir haben, dass viele Regionen regionen rechtlichen Regionen Und dann haben wir festgestellt, dass diese regionalen Gesetze dem föderalen Gesetz teilweise widersprechen. Und als wir das gemerkt haben, dann haben wir angefangen natürlich, die regionalen Behörden darauf hinzuweisen und wir hatten einen bestimmten Fortschritt erreicht. Und hier sehen Sie in dieser hellen Farbe, dass es dort schon positive Änderungen gibt. Das ist eben das Beispiel, wo wir ein Problem erst mal festgestellt haben, aber dann haben wir auch versucht, dieses Problem zu lösen für das ganze Land insgesamt und etwas Positives zu erreichen. Ich habe jetzt über unsere Arbeit insgesamt erzählt, aber ich muss natürlich auch sagen, was unsere Arbeit ermöglicht. Für unsere Projekt, wie es bereits gesagt hat, wir haben ungefähr 35 Personen gearbeitet, aber das alles funktioniert nur durch die Unterstützung, die uns die Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz geben. Und nicht nur, die Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürger haben keine Grenzen, die wir fühlen und mit der Unterstützung auf die wir können, dass wir alle unsere Willen in der Leben geben können. Wie ich schon erwähnt hatte, bei uns arbeiten 35 Menschen und das wäre nicht möglich, wenn wir nicht die Unterstützung der Zivilgesellschaft hätten. Und diese Zivilgesellschaft, die kommt aus Russland, aber auch nicht nur aus Russland, weil die Zivilgesellschaft, die hat ja auch keine Grenzen. Und das spüren wir, wir spüren eben diese Unterstützung und ohne die könnten wir ja auch nicht arbeiten. Und Maria hat schon die Ehrenamtliche Arbeit erwähnt. Und es wurden auch unsere Gründe genannt und die kamen auch in dieses Projekt 2011 als Ehrenamtliche Mitarbeiter. Damals gab es nur zwei davon. Und das war vor neun Jahren. Und obwohl seitdem einiges passiert ist und für uns ist es natürlich unser Arbeitsplatz, da verdienen wir auch unser Geld. Aber immer noch ist die Ehrenamtliche Arbeit sozusagen das Rückgrat dieser ganzen Gesellschaft. Und wir haben ca. 600 Ehrenamtliche, die unterschiedlich oft und unterschiedlich viel für unsere Projekte tätig sind. Und diese Menschen, die kommen aus verschiedenen Regionen Russlands und nicht nur aus Russland. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass aus diesen 600 Menschen 15, 20 vielleicht sogar aus Deutschland sind. Möchtest du den nächsten Slides, bitte? Und eine sehr wichtigste Teil sind, das sind die Geld. Und die Geld haben wir auch durch die Gesellschaft, die uns vertraut. Das sind private Spenden von Menschen, die vielleicht 5, 6 Euro pro Monat. Und insgesamt gibt es 6.500 Menschen, die jeden Monat ein bisschen Geld an uns überweisen. Und dank diesen Menschen können wir auch existieren. Und wie schon erwähnt wurde am Anfang, dass für diese Veranstaltung sich 93 Personen angemeldet haben, dann hoffe ich, dass wir danach nicht nur 6.500 Menschen haben, die uns Geld spenden, sondern 6.593 Personen, die uns Geld spenden. Ich glaube, das ist meine letzte Folie. Ich glaube, das ist meine letzte Folie. Und das war ja bis jetzt alles, was ich sagen wollte. Und ich werde die Fragen beantwortet, wenn man mir die Möglichkeit gibt, diese Fragen zu beantworten. Und jetzt erst mal übergebe ich an meinen Kollegen, Denise Schäder. Guten Tag, guten Abend, sehr geehrte Teilnehmer, sehr geehrte Gäste. Ich bin sehr froh, hier heute anwesend zu sein. Und ich würde mich für die Organisation dieser Veranstaltung beim Lehr-Kopf-Folum und der Heinrich-Böll-Stiftung bedanken. Ich werde versuchen, im Allgemeinen etwas über den Kontext der politischen Verfolgung in Russland erzählen. Ich werde ganz konkret über bestimmte Begrifflichkeiten sprechen, die sehr spezifisch russisch sind. Und andererseits werde ich Ihnen über die Tendenzen, die im Bereich der Versammlungspartei, in den letzten Jahren oder in den letzten Jahren aufgetreten sind, erzählen, die mir als einem der Mitarbeiter von OBD-Info sichtbar sind. Итак, начнем с небольшого словарika понятий, для того, чтобы сократить как раз-таки дистанцию между российским и немецким контекстом. Я бы хотел сосредоточиться на нескольких понятиях, которые отражены на слайде. Und dann starten wir auch direkt. Ich würde erstmal ein bisschen so eine Art Glossar Ihnen aufstellen, damit man eben die Begrifflichkeiten aus Russland und wie man das in Deutschland verstehen könnte, zusammenbringt. Und Sie können ja schon die ersten Begriffe auf der Folie sehen. Und in целом, diese Idee некого словаря und проговаривания контекста как раз родилась во время подготовки этого мероприятия, когда wir mit Kollegen aus Foruma Kopelева обнаружили, dass wir uns wirklich sind einige сложности перевода. И это как раз, мне кажется, хорошее достижение само это знание нашей сегодняшней встречи подготовки к ней. Итак, начнем с понятия Fake News. Это понятие довольно популярно последние годы в сфере медиа, журналистики, политики. Но за последние несколько месяцев в российском контексте это слово приобрело специфический оттенок. Der erste Begriff Fake News. Natürlich ist dieser Begriff recht populär in letzter Zeit in verschiedenen Medien, im Bereich Journalismus, im Bereich Politik. Aber in den letzten Monaten hat dieser Begriff in Russland zu einem bestimmten kulör abbekommen. В качестве одних из мер, предпринятых российскими властями в рамках пандемии коронавируса, с 1 апреля этого года в России введена специальная уголовная ответственность за распространение Fake News о коронавирусе. Zum Beispiel, als eine der Maßnahmen der Behörden im Rahmen der коронавирус-пандемии wird die Verbreitung der Fake News über das коронавирус ab dem 1 апреля 2020 unter Strafe gestellt. Und dieser Straf, sieht so aus, also was unsere Studien oder die Cases, die wir haben, zeigen, dass solche Nachrichten als Fake News verstanden werden, die eben nicht offiziellen Versionen der Behörden entsprechen. Und eben im russischen Kontext hat der Begriff Fake News so eine negative Konnotation in Bezug auf die Unterstrafe stellen für die Verbreitung der falschen Nachrichten über das Corona-Virus. Следующее понятие, которое я также хотелось проговорить для того, чтобы мы говорили на одном языке, это понятие некоммерческих организаций и как это связано с иностранными агентами. Der nächste Begriff, den wir auch besprechen sollen, damit wir die gleiche Sprache sprechen, das ist der Begriff der NGOs. Und was hat dieser Begriff eben mit ausländischen Agenten zu tun? Когда мы говорим о некоммерческих организациях, то возникает образ гражданского общества, потому что часто некоммерческие организации являются как раз-таки Zentром или важными участниками гражданского общества. Когда мы слышим понятие иностранных агентов, мы вспоминаем сериалы про Джеймса Бонда или менее приятные истории времен холодной войны. И в современной России последние несколько лет практически все некоммерческие организации, которые не связаны с государством, самим же государством объявлены в качестве иностранного агента. Aber in Russland in den letzten Jahren wurden alle NGOs, die jetzt mit dem Staat an sich nichts zu tun haben, zu ausländischen Agenten erklärt. Официально logika данного законодательства такова, что если некоммерческая организация занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование, то они являются иностранными агентами. Но на практике все превращается в то, что в качестве иностранного финансирования могут рассматриваться любые даже небольшие пожертвования от частных лиц, находящихся за рубежом. А в качестве политической деятельности может рассматриваться практически любая деятельность, связанная с обсуждением острых социальных проблем. И в настоящее время курс на объявление активных участников гражданского общества иностранными агентами также продолжается. Некоторое время назад были приняты законы о СМИ иностранных агентах, а сейчас обсуждаются законопроекты о физических людях иностранных агентах. И подобное объявление того или иного участника гражданского общества в качестве иностранного агента имеет следующие последствия. Во-первых, это серьезные репутационные потери, потому что в российском обществе еще сильна память о временах холодной войны Советского Союза, когда все иностранное казалось опасным. С другой стороны, есть конкретные запреты на занятия тем или иным организациям, которые объявлены иностранные агенты, той или иной деятельностью. Например, нельзя быть наблюдателями на выборах, необходимо везде указывать, что вы являетесь иностранными агентами и предоставляет дополнительную отчетность государству. Но есть также конкретные ограничения, которые организации, которые к агентам, которые не могут делать, которые не могут делать. Например, они не должны быть выборщиков, или они должны обязательно указывать, что они агенты, или они должны дополнительные berаты и дополнительные предприятия на данный штат zur Verfügung stellen. Следующее понятие – это административные и уголовные дела. Другой пример – это административные versus штрафrechtliche уничтожения. Дело в том, что участников и организаторов митингов в России очень часто привлекают к административной ответственности, но вместе с тем есть и уголовная ответственность. Мне бы хотелось объяснить разницу. В России существует два уровня наказаний за те или иные проступки – это административные и уголовные, как я сказал, и административные считаются менее тяжкими и влекут за собой меньшие наказания и меньшие негативные последствия, чем уголовные, но есть свои особенности. Например, в соответствии с законодательством, участники митингов, если государство признает, что они нарушили какие-то формальные требования, могут быть оштрафованы вплоть до 300 евро, где-то в среднем на 300 евро, либо получить арест до 30 суток. In Russland gibt es ein Gesetz, das besagt, dass wenn man bei einer Versammlung dabei war und bestimmte Formalien vielleicht verletzt hat oder nicht richtig ausgeführt hat, dafür sind Strafen vorgesehen, bis zu 300 Euro im Schnitt oder 30 Tage Haft. Aber in bestimmten Fällen können natürlich die Demonstration, die Demonstrationsteilnehmer auch eine Strafe bis zu 300.000 Rubel aufgelegt bekommen, wenn ich mich nicht täusche, das sind ca. 3.000 Euro. Und wir nennen das in Russland eben die administrative Haftung. Aber wenn man sich die Schwere der Strafen anschaut und das mit denen in Europa vergleicht, dann ist das so wie strafrechtliche Verfolgung. Aber natürlich, wenn wir über die strafrechtliche Verfolgung sprechen, die ist ja auch vorgesehen für die Teilnehmer von verschiedenen Aktionen oder Protesten. Und man kann bis zu fünf Jahre Gefängnis bekommen. Aber ich möchte auch noch einen Begriff erklären. Das ist der Unterschied zwischen einem Einzelprotest und kollektiven Aktionen oder Versammlungen. In der Theorie im internationalen Recht wird das so gesehen, dass ein Einzelprotest, das ist einfach eine Form der Meinungsäußerung ist. Während eine kollektive Aktion oder ein kollektiver Protest, das ist eben die Versammlungsfreiheit. Aber in Russland nach der russischen Gesetzgebung werden diese Einzelproteste genauso gesehen wie eine größere Versammlung. Mit 100.000 oder 100.000 Menschen. Und da gelten die gleichen Beschränkungen wie eben für diese Versammlungen. Und diese Einzelproteste, die wurden eben beschränkt während der Pandemie oder während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 genauso wie die größeren Versammlungen. Und wenn wir schon die gleiche Sprache sprechen, dann möchte ich Ihnen sagen, was die Versammlungsfreiheit auf Russisch bedeutet. Hier auf dieser Folie sehen Sie die Anzahl der Versammlungen oder Protesten verhafteten Menschen in Moskau und Sankt Petersburg zwischen 2012 und 2019. Und 2021 werden wir die Daten für ganz Russland veröffentlicht und über die ganzen verhafteten Personen. Seit 2020 sammeln wir eben solche Daten nicht nur für Moskau und Sankt Petersburg, sondern für ganz Russland. Aber schon anhand dieser Daten aus Moskau und Sankt Petersburg, wo natürlich am meisten passiert, was die zwei größten Städte in Russland sind. Können Sie sich schon vorstellen, wie ein Ausmaß an der Anzahl der festgenommenen in ganz Russland ist? Mein Kollege Leonid hat ja schon gesagt, dass die Anzahl der Verhafteten die 2.000 Marken übersteigt. Und man muss eigentlich sagen, dass diese Anzahl jedes Jahr eben in die Tausende geht außer den Jahren 2015-2016. Aber was wird diesen Menschen letztendlich vorgeworfen? Hauptsächlich wird denen vorgeworfen, dass sie die Versammlungsverbote gegen die Versammlungsverbote verstoßen haben. Es wird denen nicht vorgeworfen, irgendwelche Gewalttaten, keine Pogromen, kein Hate Speech, nichts davon. Aber auf der anderen Seite die Prozedur als solche, um so eine Aktion erlaubt zu bekommen, ist so dermaßen schwierig. Es gibt so viele Behörden, die man nehmen soll. Und die Behörden haben immer die Möglichkeit und immer die Vollmacht, eine Aktion oder einen Protest, eine Versammlung zu verbieten, dass es kaum möglich ist, überhaupt eine offizielle Erlaubnis zu bekommen. Und noch ein paar Tendenzen, die 2020 aufgetreten sind oder weiter fortgeführt wurden im Bereich der Versammlungsfreiheit. Das ist zum Beispiel die wachsende Anzahl der Verhaftungen bei Einzelprotesten. Na слайde вы видите, что за полгода в 2020 году в Москве и в Питере задержали намного больше участников одиночных пикетов, чем за весь прошлый и позапрошлый год, чем за несколько предыдущих лет вместе взятых. Это связано, во-первых, с тем, что во многих городах России запрещены любые публичные мероприятия, включая одиночные пикеты, под предлогом пандемии. Das hängt natürlich damit zusammen, dass in vielen Städten Russland alle протесты wegen der Pandemie angeblich verboten sind, komplett verboten sind. Но вместе с тем, социальная и политическая жизнь не остановилась. У нас была важная реформа Конституции, у нас не прекратились политически мотивированные уголовные дела. И все эти поводы требуют публичной дискуссии, поэтому люди хотят выразить свое мнение, в том числе и одиночным пикетом. Но вместе с тем, что социальная и социальная и политическая жизнь не прекратились на существование. То есть, у нас было, например, с тем, что очень важные, значительные правительные решения и изменения, и у нас была продолжительная политическая жизнь. И все это требует, конечно, общественная дискуссия, и люди хотят их мнению, как и общее, как и общее, как и общее, как и общее. Und meiner Meinung nach ist ein Einzelprotest eine ziemlich bequeme Form des Protests in den Zeiten der Pandemie. Man kann sehr gut die Distanz einhalten, man kann bestimmte Schutzmittel natürlich anziehen und gleichzeitig doch seine Meinung zum Ausdruck bringen. Und die nächste Tendenz, die wir erst 2020 gesehen haben, das ist eben jegliches Verbot von Versammlungen. Und auf dieser Karte sehen Sie in dunkelrot die Region, wo alle öffentlichen Veranstaltungen, sprich auch Einzelproteste oder Versammlungen, absolut verboten sind. Und im September gab es 26 solche Regionen in Russland. In anderen Regionen gab es mildere Beschränkungen der Versammlungsfreiheit. Da durften sich nicht mehr als 15 Personen versammeln oder andere Anzahl der Personen. Aber gleichzeitig sind zum Beispiel andere Arten der Versammlungen in den gleichen Regionen nicht verboten, wenn sie vom Staat kommen. Zum Beispiel Paraden oder irgendwelche Feierlichkeiten. Das war's, wenn man kann. Wenn man kann, dann kann man nach zwei Slai da zurück. Und zwei weitere Probleme und Tendenz, die ich wollte отметить. Das ist das, was in der Sfere der Sfobodyen in Russland in der Sfere der Sfobodyen in Russland in den letzten Jahr. Es gab nicht nur die Verhörungen, sondern auch die Verhörungen. Aber ich möchte auch noch zwei andere Tendenzen im Bereich der Versammlungsfreiheit erwähnen. 2020 hatten wir nicht nur Verschlimmerung der Situation in diesem Bereich, wir hatten auch einige Verbesserungen im Bereich der regionalen Verbote. Leonid hat schon teilweise darüber gesprochen, das heißt, dass man bestimmte Verbote in bestimmten Regionen wieder aufgehoben hat. Das heißt, es gab da Verbote, zum Beispiel an bestimmten Orten zu protestieren oder sich zu versammeln, neben einer Schule oder neben einem Krankenhaus oder neben einem staatlichen Behördengebäude. Das wurde teilweise aufgehoben. Aber was die Versammlungsfreiheit in Russland angeht in den letzten Jahren, kann man das so beschreiben, einen Schritt nach vorne, zwei Schritte zurück. Aber schon morgen steht auf der Agenda der Duma des Russischen Parlaments zwei Gesetzesentwürfe, die eben die Versammlungsfreiheit weiter einschränken werden. Во-первых, es wird schwieriger sein, so eine Aktion festzulegen und erlaubt zu bekommen. Die Behörden werden die Möglichkeit bekommen, schon sogar die Aktion oder die Proteste, die vorher erlaubt worden sind, wieder zu verbieten. Also, es ist geplant, dass die Versammlungen in solchen Orten, wie Polizei, Feuerwehr und andere Dienste, behördliche oder staatliche Einrichtungen komplett zu verbieten. Также предлагается ограничить работу журналистов во время публичных мероприятий, собраний. Außerdem wird es geplant, die Arbeit der Journalisten während solcher öffentlichen Versammlungen zu beschränken. Und auch die ausländische oder die anonyme Finanzierung solcher Versammlungen auch zu verbieten. Aber in der Praxis wird es heißen, dass es das Verbot für solche NGOs, die eben zu ausländischen Agenten erklärt wurden, dass die nichts mehr durchführen dürfen. Unter anderem ist die Gesellschaft, die internationale Abteilung der Gesellschaft Memorial zum Beispiel fällt darunter. Das sind die Tendenzen 2020. Ich werde natürlich auch gerne Ihre Fragen beantworten und mit Ihnen diskutieren. Guten Abend, liebe Freunde. Vielen Dank an die Organizatoren, die uns eingeladen haben und an die Gäste und Teilnehmer, die uns zuhören. Ich bin die Koordinatorin für die Juristische Hilfe bei OVD-Info seit 2016. Wie Leonid schon vorher erwähnt hatte, OVD-Info hilft den Menschen, die bei friedlichen Protesten verhaftet wurden. Also das System der juristischen Hilfe von OVD-Info gibt es seit 2017 und wird weiterentwickelt. Natürlich, wenn Menschen festgenommen werden, unser Hauptziel ist, ihnen juristische Hilfe zu leisten. Aber wir haben noch ein weiteres Prinzip, der Mensch darf nicht alleine mit dem System im Stich gelassen werden. Weil bei uns ist das leider so, die Menschen, die bei politischen Aktionen oder Protesten verhaftet wurden, auch wenn diese friedlich waren, wenn die Sache später zu Gericht kommt, dann werden diese Menschen 99% der Fälle bestraft. Deswegen unsere Hauptaufgabe, eben mit juristen oder Anwälten bei der Polizei auf dem Revier zu helfen. Später natürlich auch beim Gericht, wenn notwendig und falls dieser Mensch doch tatsächlich eine Strafe bekommt und weiter ins Gefängnis muss, und dann werden wir weiter sein Schicksal verfolgen. In all diesen Jahren, die meisten Festnahmen gab es in Moskau. Also ein Beispiel zum Beispiel, das ist der Sommer im letzten Jahr, das waren die Wahlen in die Moskau-Staatsduma. Im Sommer, am 27. Juli im letzten Jahr wurden 1.370 Menschen festgenommen. Aber in diesem Jahr, 2020, eines der Massenereignisse, wo am meisten Menschen behaftet wurden, das war in Khabarovsk. Ich erinnere Sie daran, dass Khabarovsk 8.000 Kilometer von Moskau entfernt liegt. Was in Khabarovsk zur Zeit geschieht, nennen wir Khabarovsker Fließband. Aber um das noch besser zu verstehen, die Einwohner von Khabarovsk, die Menschen, die dort verfolgt werden, die nennen das Khabarovsk. Das heißt, die Verfolgung dreht sich im Kreis. Aber ich erinnere Sie daran, womit diese Proteste angefangen haben. Am 11. Juli 2020 wurde der damals noch aktive Gouverneur, Sergei Furgal, verhaftet. Его abwinяют по тяжким статьям, но после задержания его сразу отправили в СИЗО Lefortevo, в Москву. Im wurde einiges ganz Schlimmes vorgeworfen und zu Last gelegt. Aber direkt nach der Verhaftung wurde er in die Untersuchungshaft nach Moskau, Untersuchungshaft, ins Gefängnis Lefortevo geschickt. С этого момента люди стали требовать, чтобы его вернули в Кhabarovsk и судили там открытым судом. И именно там, потому что он местные жители, и именно они его выбирали. Именно с 11. Julи 2020 года и по сей день Люди выходят на акции по субботам Menschen gehen jeden Samstag zu demonstрieren Летом людей выходило до 100 тысяч Это, если не отсчитывать детей, это шестая часть всего города Хабаровска, всего населения. Люди собирались в колонны, проходили по городу, а потом расходились. Эти фотографии хорошо показывают, что акции мирные Люди приходили с семьями, приходили пожилые люди, люди приходили с детьми Наши власти боятся большого скопления людей и поэтому, видя столько людей летом, они не прибегали к силовым разгонам. Несколько раз они задерживали на акциях, но это были единичные случаи. Можно следствовать. Это вот показывает, как задерживали в Хабаровске. Но власть прибегла к другим способам преследования людей. Она стала собирать информацию, вычислять людей по видео, фото. После акции, в рабочие дни, они стали приходить к этим людям на работу, домой, в школу. И не просто приходить, они стали их задерживать. Сразу отвозить в участок. Сразу отвозить в участок. Затем привезли на них протоколы, у нас это называется. Сразу отвозить в суд и после чего люди либо штрафовали, либо арестовали. Причем преследует абсолютно всех. И просто людей выходящих, и журналистов, которые снимают эти акции. В ноябре месяце были в Хабаровске задержаны пять журналистов и практически все они получили определенные сроки административного ареста. И в новом году в Хабаровске были 5 журналисты, и все 5 журналисты получили определенные сроки административного ареста. Несмотря на то, что у них были при себе все документы, подтверждающиеся они журналисты. Самый страшный пример из того, что преследует пожилых людей и больных людей, это вчерашний. В субботу была задержана немолодая женщина. У нее четвертая стадия онкологии. Два дня ее продержали в участке. Два дня ее опять попытались арестовать. Но ей стало плохо. И сегодня ее прооперировали в больнице Хабаровске с серьезным заболеванием сердца. Это говорит о том, что полиция преследует всех и совершенно не понимает происходящего. Для того, чтобы помочь Хабаровску, мы искали там дружественных адвокатов. Потому что масштабы преследований становятся очень большими. Потому что масштабы преследований становятся очень большими. Я скажу вам честно, я сама два раза летала для знакомства с людьми, адвокатами и юристами в Хабаровске. А это далеко. Если можно, следующий слайд. Вот. А теперь те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день. Эти цифры с 9 июля по 4 декабря, как вы видите. Почему все дела в Хабаровске называются каруселью или конвейером, как я говорила? Потому что в один день одного человека могут задержать несколько раз. Приписывая ему разные акции всеми этими месяцами и любыми числами, какие полиция сегодня захочет. Как вы видите, сейчас в Хабаровске, это официальная информация судов, 531 дела. 389 уже с решениями и наказаниями. 392 штрафы. 192 штрафы. Как вы видите, на сумму 1.824.000 рублей. или 20,5 тысяч евро. Но здесь я уточню одну вещь. Средняя зарплата в Хабаровске 568 евро. Дальше вы видите цифры, это Хабаровск является столицей Хабаровского края. Но Сергей Фургал являлся губернатором именно всего края, а не только Хабаровска. И как мы видим, что есть еще города, где люди выходят в поддержку своего губернатора. Требования у них одно. Судить открыто, честно и в Хабаровске. И выходит не только в Хабаровском крае, выходит по всей стране. К сожалению, немного, поэтому их сразу задерживают. И то, что говорил Денис, дело в том, что наше административное право, которое он вам объяснял, оно может перейти в уголовное дело. И на сегодняшний день в Хабаровске уже заведено 4 уголовных дела. Одно дело заведено по самой известной, именно политической статье, которая в России, политическая статья, которая одна в России является политической. Если кто-то когда-то из вас слышал, это дело Дадина или сейчас Константин Котов, который до сих пор находится в тюрьме. А также три дела по статье применения насилия в отношении полицейских. И в том, что эти дела заводят только за то, что полицейские трогают за руки. К сожалению, и что печально, перспективы по многим дальнейшим событиям Хабаровски пока не очень хорошие. Но мы будем работать и будем стараться, помогать. И если вы захотите больше о Хабаровске узнать больше, напишите нам, мы вам расскажем гораздо больше. Каждый день разговаривая с Хабаровсками, с учетом того, что у нас 7 часов разница во времени. Они всегда говорят одно. Помогите с распространением информации, то, что у нас происходит. Спасибо вам за то, что вы послушали. Я надеюсь, вы меня поняли. Но если что, я готова ответить любые вопросы, потому что времени не много. Специфика у нас разные, а рассказать хочется много. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за ваши такие интересные, такие информативные доклады. У нас уже поступило достаточно много вопросов. Я думаю, мы прямо сразу же приступим к ним. Начнем даже просто с первого вопроса. Сколько политических заключенных, по вашему мнению и по вашим цифрам, есть в России? И может быть, коротко еще рассудить, есть ли такой термин политический заключенный? У нас есть проект «Политпрессинг» и я думаю, что я сейчас брошу ссылку в наш общий чат на него. Единственное, что он на русском, но я думаю, что современные средства перевода позволят его перевести на любой язык. И как работает этот проект? Естественно, в российском официальном праве нет такого понятия, как политическое преследование. Это некая оценка со стороны гражданского общества. Есть несколько различных организаций, которые занимаются изучением уголовных дел, преследований и находят в них политические мотивы. Например, правозащитный центр «Мемориал», международная амнезия, аналитический центр «Сава» и многие другие организации, работающие в России. Например, solche бюргер-рехсорганизации, как «Мемориал», «Амнезия Интернешнл», как «Аналитический центр «Сава»» и другие. И как раз таки в проекте «Политпрессинг» мы собираем информацию о том, как раз таки о тех делах, которые признают политическими другие организации и собираем их на одном сайте в одном месте. И именно darum geht es в нашем проекте «Политпрессинг». Also da sammeln wir die ganze Information über solche Vorfälle oder solche strafrechtlichen Verfolgungen, die von diesen Organisationen als politisch erklärt wird. Und diese ganze Information sammeln wir in unserem Projekt zusammen. Этот Projekt работает несколько лет и там уже несколько сотен описано, несколько сотен уголовных дел и несколько сотен жертв этих уголовных дел. И стоит сказать, что это лишь те дела, которые успели изучить, о которых стало известно гражданскому обществу, правозащитным организациям. но, на мой взгляд, это лишь небольшое количество дел. Но, на мой взгляд, это лишь небольшое количество дел. Wenn Sie die Zahlen erfahren möchten, also zum 2. Juni 2020. In den Listen der Bürgerrechtsorganisation Memorialen gab es 314 offiziell offiziell von dieser Organisation anerkannten politischen Gefangenen in Russland. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage, die sehr wichtig ist. Wie kann man von Deutschland aus spenden an OVD-Info? Welche Probleme könnte es da geben auch in Bezug auf das jetzt sich verschärfende Gesetz, das Agentengesetz? Und der nächste Frage, der ich sehr wichtig finde, ist wie kann man von Deutschland auswählen aus Deutschland auswählen? Ja, das heißt, wir haben nicht mehr Angst, also können Sie auf www.donate.ovd-info.org in Wirklichkeit, wir haben nichts mehr zu befürchten und Sie können auf unsere Website gehen, www.ovd.org Ich werde den Namen der Website in den Chat reinstellen und dort können wir uns Geld spenden, entweder über Karte oder über Paypal. Eine Frage zu dem Thema Fake News. Werden Sie strafrechtlich oder administrativ verfolgt? Was für die Themen Fake News, sie verfolgt administrativ oder verfolgt? Im April 2020 in Russland gab es eine spezielle verfolgt für Fake News, die mit der Pandemie verfolgt. Also seit dem 1. April 2020 gibt es auch strafrechtliche Verfolgung wegen der verbreitung der Fake News über die Pandemie. Aber in 2019 gab es auch einen neuen Artikel in dem Verwaltungstechnischen und Administrativen Gesetzbuch, eben Strafen für die Verbreitung der Fake News, aber generell. Und zur Zeit werden beide Gesetzgebungen angewandt, sowohl die strafrechtliche als auch die administrative. Also man kann über beide bestraft werden. Aber als meine Kollegen und ich dieses Thema im Frühling oder Anfang der Sommer studiert haben, und die eben Fälle, die wir hatten, da konnten wir eben den prinzipiellen Unterschied nicht erkennen. Es scheint uns so, dass man für das gleiche Vergehen sowohl administrativ als auch strafrechtlich bestraft werden kann. Führt OVD-Info eine eigene Statistik über die einzelnen Fallzahlen oder beruft ihr euch auch auf andere Quellen? OVD-Info eine eigene Statistik über die einzelnen Fallzahlen? Oder Sie sind die Zahl der festgenommenen Fallzahlen? Ja. Ja. Wir haben zwei Quellen, aus denen wir unsere Informationen bekommen. Also die erste Quelle, das ist die Information, die wir direkt von den festgenommenen Personen bekommen. Das heißt, über unsere Hotline oder über unseren Telegram-Boot. Das heißt, wir sind die erste Quelle der Information. Aber natürlich, wir führen auch das Monitoring der Medien, aber auch die Informationen anderer Organisationen bekommen auch von den Informationen. Ja. Und nach großen Protesten ist es möglich, dass die ganzen kleinen, großen Medien uns eben als erste Quelle der Information benennen. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil die Sicherheitsbehörden eigentlich so gut wie nie erzählen, wie viele Menschen verhaftet wurden. Noch eine Konkretisierungsfrage kommt von einem unserer Hörer, von einer unserer höheren Verzeihung. Und noch eine Frage von einer unserer Hörer. Wie kann es sein, dass Sie nicht unter das Agentengesetz fallen oder fallen Sie schon darunter? Oder können Sie das irgendwie umgehen? Da fragt man Sie, ob man das konkretisieren kann. Also, Sie können Sie sagen, warum Sie nicht unter den Zagongen? Oder Sie sind eine andere Agenten? Oder Sie können Sie sich über diesen Zagongen abtetieren? Ja, Sie können Sie nicht unter den Zagongen sagen, dass Sie nicht unter den Zagongen sind. Ich würde das nicht unter den Zagongen sagen. OVDA-Info nicht eine Registrierung ist, also wir, wenn wir gerne wollten, sind wir aber auch ein paar Agengen. Das hätte ich natürlich selber sofort erklären sollen, aber über die Info ist keine registrierte Organisation, deswegen selbst wenn wir wollten, könnten wir kein ausländischer Agent sein. Aber wir arbeiten. Wir arbeiten zusammen, was organisatorisch-technische und juristische Fragen angeht, mit der Gesellschaft Memorial. Und diese Gesellschaft ist schon längst ein ausländischer Agent. Die haben schon Geld aus dem Ausland bekommen, da kann man nichts mehr Schlimmeres passieren. Also unser Partner ist ein ausländischer Agent. Das war's. 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 Leute sind die Menschen gar nicht so vernetzt. Also wenn ich jetzt dieses halbe Jahr beobachte, also seit dem 11. Juli, es gab wirklich nur zwei abgestimmte Aktionen, aber die wurden nicht da durchgeführt, wo man die durchführen wollte. Aber die Menschen sind jetzt nicht irgendwie vernetzt oder es wird nicht irgendwie abgestimmt. Die gehen einfach, weil sie sich so fühlen, dass sie da gehen wollen. Also gemäß unserer Verfassung, zum Artikel 31 unserer Verfassung, haben die Menschen das Recht, sich friedlich zu versammeln. Es gibt keine Anführer. Und wie, 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 die versammeln sich irgendwie von selber. Das heißt, vielleicht versammeln sich schon zu Hause oder finden sich auf der Arbeit. Das ist alles, das verläuft alles horizontal. Also die werden von der Idee vereint, von dem Problem, vor dem sie in dieser Stadt und in diesem Gebiet stehen. Aber es gibt keine Einschränkungen, was die Bewegung auf der Straße angeht. Und so können die Menschen von ihrem Verfassungsrecht Gebrauch machen. Von meiner Seite noch eine weitere Frage zu Habarovsk. Gibt es Solidarität mit Habarovsk in Moskau? Und von meiner mein Frage ist, gibt es Solidarität mit Habarovsk in Moskau? Ja, natürlich gibt es, insbesondere das war es im Winter. Einer hat es mehr interessiert, weil es nur begonnen hat. Tudem gelten moscowische Journalisten, es war viel. Also doch, auf jeden Fall. Besonders gab es ein großes Interesse oder größere Solidarität im Sommer, als das Ganze angefangen hat. Es gab auch einige Moskau-Journalisten, die nach Habarovsk rübergeflogen sind und vielleicht auch Politikwissenschaftler. Auch in Moskau gab es tatsächlich Proteste als Unterstützung der Sache in Habarovsk, aber die wurden alle festgenommen. Zum Beispiel am 1. August 2020 versammelt sich ca. 50 Menschen in Moskau am Puschkinplatz. Ну и порядка 35 человек были задержаны. Aber 35 von denen wurden festgenommen. Остальные успели уехать. Die anderen haben es geschafft, dann wegzugehen. Вот, выходит мало, но это еще вследствие Pandemie. Also, es kommen wenige, aber das hängt natürlich auch mit der Pandemie zusammen. В Москве существует запрет на любые массовые Акции, кроме тех, которые организуют власть. In Moskau gibt es das generelle Verbot für alle Großaktionen, außer denen, die von den Behörden organisiert werden. Eine nächste Frage. Es steht im Zusammenhang mit Belarus. Gibt es Solidaritätskundgebungen oder Veranstaltungen mit den Protesten in Belarus? Следующий вопрос относится к Belarus. Есть ли какие-то протесты или какие-то демонстрации в поддержку того, что происходит в Белоруссии? Опять отвечу. Значит, практически в начале протеста в Белоруссии практически каждый день и точно все выходные люди приходят в поддержку белорусских протестов к белорусскому посольству. Ja. Tandeles am Anfang der Proteste in Weißrussland kamen die Leute fast jede Woche, vor allem am Wochenende, zu der белорussischen oder weißrussischen Botschaft. Люди организовывают цепочки Solidарности, как обращаются к всему миру белоруссию. Die Menschen bilden Solidарitätsketten und eben versuchen an die Weltgemeinschaft zu appellieren. Задержаний в Москве и в других городах по Белоруссии немного. много. В Белоруссии есть несколько в Москве как в других регионах России. Но они бывают. Но массовость пока не наблюдается. при этом в Москве еще принято, что приходят провластные провокатели и провоцируют людей. в Москве бывают такие ажиансы провокатели, которые тоже приходят и пытаются провоцировать. И люди стараются не связываться, потому что в случае провокации в основном страдают те, кого задержат, не провокатели. И люди versuchen natürlich от этого не провоцировать, потому что провоцировать, то не провоцировать, но который провоцировал. Также в Москве были задержаны несколько белорусских граждан, проживающих в Москве. В Москве в Москве в Москве и в Москве были в Москве в Москве. Но сообщили нам, но помощи они у нас не просили. В Москве подъявлены, но они не помогли нам. Дальше будем наблюдать. Мы будем наблюдать. Можно я добавлю? Я хотел бы сказать, что недавно читал исследование, если не ошибаюсь, Ливады Центра, и оно говорит о следующем, что значит, из... Ich habe vor kurzem über eine Studie vom Levada-Zentrum, wenn ich mich nicht täusche, gelesen, dass Chabarovsk und Belarus wurden mehr oder weniger одновременно, vielleicht in ein paar Wochen. Wenn sie zuerst auf Chabarovsk und die Solidarität mit Russland war sofort auf einem hohen уровне, aber, zu сожалению, spadet sich mit den Protesten. In der Situation mit Belarus und Belarus die Situation in den ersten Tagen war sehr niedrig. Aber dann wird die Solidarität mit den Protesten und bis jetzt noch auf einem hohen уровне. Und dort wurde geschrieben, dass also diese ganzen Proteste sowohl in Khabarovs als auch in Belarus, die sind ungefähr gleichzeitig entstanden, das heißt mit vielleicht einigen Wochen Abstand voneinander. Und während die Solidarität mit denen in Khabarovs am Anfang sehr hoch war, aber dann etwas runtergegangen ist, also das Gefühl der Solidarität runtergegangen ist, war das, was das Weißmuslim angeht, war das genau umgekehrt. Am Anfang war diese Solidarität echt niedrig, aber dann wuchs sie und hält sich heute recht stabil auf einem recht hohen Niveau. Vielen Dank. Ich sehe momentan gibt es keine weiteren Fragen und die Zeit ist auch relativ weit fortgeschritten. Wir planen unsere Veranstaltung mehr oder minder für zwei Stunden. Tatjana, wolltest du noch etwas sagen? Ja, genau. Ich habe gesehen, dass Herr Roth die Hand gehoben hat. Und wer Herr Roth nicht kennt, Herr Roth ist unser Vorstandsvorsitzender. Ich gebe ihm gerne das Wort. Wunderbar. Herr Roth? Herr Roth, er ist die Präsidentin der Regierung unseres Forum und er wollte vielleicht etwas sagen. Sehr gut. Ja, jetzt hören wir Sie. Ich würde nur, auch als Vorsitzender des Corporate Forums, Ihnen allen von OBD Info meinen allergrößten Respekt aussprechen und meine Hochachtung für den Mut, den Sie haben, diese so unheimlich wichtige Arbeit zu machen, die wir natürlich sehr gerne von uns auch weitgehend und weitergehend vor allem unterstützen. Ich möchte, als Präsident der Regierung des Forum im. Liva Koppelhofer sagen und sagen, Ich habe lange in Ihrem Land gelebt und weiß recht genau, was es bedeutet, so eine Art von Arbeit zu machen. Also nochmal meinen allergrößten Respekt und eine Frage. Erwarten Sie, A, ist mein Eindruck richtig, dass die Repression sich verschärft hat in den letzten sechs, acht Monaten und was erwarten Sie im Vorfeld der Duma-Wahlen? Sie haben schon gesagt, die natürliche Person kann auch als ausländischer Agent, da gibt es, glaube ich, ein Gesetz, das in der Duma, im Moment sogar ist, wenn ich mich recht erinnere, dann ohne weiteres auch angegriffen werden und eben nicht nur eine Organisation. Na самом деле, ich долгое время жил in Ihrer странe, ich sehr gut понимаю, was bedeutet diese Arbeit. Ich möchte, dass ich Ihnen noch einmal sehr geehrte, dass ich Ihnen noch zwei Fragen habe. Der erste Frage ist, dass ich wirklich richtig, dass die Repressionen seit sechs, acht Monaten Das ist ein zweiter. Ja, vielen Dank nochmal. Und ja, wir geben uns Mühe weiterzumachen, was die Verschärfung der repressalen Verfolgungen angeht. So bringe ich immer ein Beispiel für das Jahr 2020. Also während 2019, da waren diese ganzen Verfolgungen, diese Repressalen, die waren sehr offensichtlich, sehr gut zu sehen, die waren sichtbar für die Öffentlichkeit. Man kann alleine diese Tage, 27. Juli oder 3. August nennen, da wurden an einem Tag in Moskau über 1000 Menschen verhaftet. Das könnte man mit so einem Flugzeugabsturz vergleichen. Also, es war so ein bisschen, es war so viele, es war so viele, es war so viele. Aber in 2020, die politische Repressalen, die verabschieden, sie verabschieden, sie verabschieden. Das ist wie eine Autokataastrophe. Sie sind so klein, aber sie passieren jeden Tag, jeden Tag, aber wir sie in der Informationsgemeinschaft, zu сожалению, nicht sehen, dass es immer eine große Tragödie für Menschen, die da und da sind. Und die kann man vergleichen anders als mit einem Flugzeugabsturz, über den alle sofort reden und über den alle sofort erfahren, mit Autounfällen, die tatsächlich aber jeden Tag passieren. Und da sind vielleicht auch sogar durchaus mehr Menschen, die da drin sterben, aber darüber redet keiner, weil das durchaus in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so sichtbar ist. Und deswegen bleiben diese politischen Verfolgungen auf einem recht hohen Niveau. Und was dies im Kontext der Pandemie bedeutet, wie das ist, da könnte Denise eventuell was dazu sagen. Vielleicht sollte ich etwas über die Methoden sagen, die Sie im Kopf behalten sollen, wenn Sie uns zuhören oder über unsere Daten was erfahren. Also das heißt, wenn wir etwas schreiben, über etwas reden, über etwas berechnen, das ist nur die Statistik, die uns bekannt ist. Das heißt, die Fälle von den Menschen, die entweder uns selber angerufen haben oder Menschen, über die die Informationen in offenen Quellen zur Verfügung steht. Und einerseits natürlich, je länger wir arbeiten, desto mehr Menschen erfahren, dass es uns gibt. Und auf der anderen Seite, je mehr Menschen betreuen, desto professioneller werden wir, desto eher wahrscheinlicher, dass wir diese Probleme selbst aufspüren. Und da kann ich sagen, nach unseren Angaben seit 2007 ist das Niveau der Menschen, die bei den friedlichen Protesten draußen oder bei friedlichen Versammlungen draußen festgenommen wurden, waren nie unter 1.000. Und diese Zahl, die Leonid genannt hat, dass es schon 2020 über 2.000 Menschen verhaftet wurde, diese Zahl beeindruckt aber auch. Aber ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ich weiß nicht, womit wir mehr Fälle fühlen, oder die Behörden arbeiten besser, im Sinne, dass sie mehr Menschen festnehmen. Aber die Statistik, die ich benennen kann, wo die Methoden sich wirklich nie verändert hätten oder in letzter Zeit schon lange nicht mehr geändert wurden, das ist die Statistik der russischen Gerichte über die Menschen, die dort vor Gericht standen, wegen solchen Protesten und Versammlungen. Und da muss man sagen, leider zeigt diese Statistik kein Wachstum der Verfolgung. Und also es gibt sowohl mehr Menschen, die bestraft werden, als auch die Schwere der Strafe wird schlimmer. Das heißt zum Beispiel die durchschnittliche Zahl, die durchschnittliche Summe der Strafe, die man bezahlen muss, wird zum Beispiel höher. Spezifika Pandemii takava, что сейчас у властей появилось легитимное обоснование подавления любой Активности на улице. Durch die Pandemie haben die Behörden, hat der Staat einen Mechanismus in die Hand bekommen, wo man ganz legal jegliche zum Ausdruck bringen der Meinung auf der Straße unterdrücken kann. Aber wir sehen, dass das Unterdrücken der Proteste auf der Straße reicht dem Staat nicht. Es gibt dann weitere Bestrebungen, eben diese Proteste im Internet zu ersticken. Da geht es eben um Fake News. Но вместе с тем, важные политические, общественные изменения идут. Я упоминал уже про изменения, существенные изменения в Конституцию в России. И вот вы как раз отметили, что в следующем году будут выборы в Государственную Думу. И таким образом мы имеем следующее. Мы видим, что политическая жизнь не останавливается. И впереди нас ждет такое важное событие, как выборы в Госдуму. А с другой стороны у государства появились новые и довольно жесткие инструменты для подавления общественной дискуссии в виде новых законов, новых практик и усиления пропаганды. И мы видим, что политическая жизнь не стоит не только сил. И это будет, 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 будет. Und auf der anderen Seite bekommt der Staat immer wieder neue Mechanismen an die Hand, vielleicht viel härtere Mechanismen zur Unterdrückung jeglicher Meinungäußerungen und Erstickung von Freiheiten, aber auch Verbreitung der Propaganda. Und eben genau diese Gesetze, die vielleicht weitere Personenkreise zu ausländischen Agenten erklären oder vielleicht irgendwie auf eine andere Art und Weise Versammlungen beschränken, sind eben die Tendenzen, wie der Staat neue Mechanismen an die Hand bekommt, um jegliche gesellschaftliche Diskussion zu verstecken. Und auf der anderen Seite, und das ist meine letzte Bemerkung, meine sehr ausgedehnten Antwort, dass die Zivilgesellschaft, die sitzt auch nicht still. Und ich habe das Gefühl, dass die Solidarität aus der Zivilgesellschaft, die wächst, aber auch gleichzeitig. Und ja, das ist auch etwas, was positiv ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte aber auch meine Meinung hier zum Ausdruck bringen. Also die Qualität meiner Arbeit hängt sehr von der Quantität der Aktivitäten und der Verhaftungen der Behörden. Und ich glaube, dass diese Unruhung in Habarovs, diese Unzufriedenheit, die hängt auch mit den Wahlen im nächsten Jahr zusammen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und eben die Menschen in Habarovs, die haben ja das Gefühl, die haben was gewählt, man hat deren Wahlprodukt sozusagen weggenommen. Und die Wahlen sind ja eher so ein ganz großer Aufreger immer. Und vor allem, wenn man Menschen, deren Wahl wegnimmt. Поэтому я как человек, который общается со всеми задержанными этой страны, скажу вам, что Repрессий станет больше, потому что власть никто не хочет отдавать. Und ich als diejenige, die mit allen Festgenommenen dieses Landes im Kontakt steht, kann Ihnen sagen, es wird mehr Repressalien geben, es wird mehr Verfolgung geben, weil die Macht, wenn jemand die Macht in der Hand hat, der will die nicht hergeben. Спасибо. Jetzt bleibt es an mir, das letzte Wort zu sprechen. Ich danke unseren Referenten von ganzem Herzen. И теперь последнее слово, которое остается за мной. Ich danke sehr unserer großartigen Übersetzerin. Und natürlich der Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung, die diesen Abend mit uns zusammen gestemmt hat. Ich sage nur, unterstützen Sie diese Initiative, die sehr wichtig ist und nächstes Jahr nicht weniger wichtig wird. Ich wünsche allen einen friedlichen Advent. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns erhalten. Ich wünsche Ihnen lotsen括giving 은bringten Siegke Mickey und GDP. Über pregunta. Chang lonelые! Danke! Danke! Teiedo! Danke! 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 easy defining! Danke.